...dass ich noch ein Lieblings-Team mit Timmel singen? Einmal mehr. Ich weiß, dass das doch ist, dass das doch ein Lieblings-Team mit Timmel singen! Echt? 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 Musik 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 Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's. Das ist so eine schöne Geschichte heute, das Wetter spielt mit ganz vielen lieben Menschen hier unten, die mich schon lange begleiten, über die letzten Jahre immer wieder ein Genuss hier nach Steele zu kommen. Ich freue mich riesig und ich denke mir, mein kleines Geschenk so nach Weihnachten ist mir gelungen mit der Baravutzen, oder? Sollen wir, pass mal auf, du hast den mega schon einmal gesungen, du weißt den Song für meinen Papa, den Engel. Wer glaubt alles an Engel von euch? Mal Hände hoch. Es gibt einige, kennt ihr den Song, den ich mit meinem Papa geschrieben habe, der schaut jetzt von oben runter und deine Schwester schaut auch von oben runter. Da schicken wir mal ganz kurz einen lieben Gruß, ich gehe nicht nach oben. Und den Song möchte ich mir den beiden widmen heute. Und wer Lust hat, ein kleines Gebet mit einzulegen, kann das gerne zu. Das hilft immer wieder. Und es wird ein schönes Jahr für Sie da oben auch. Also, ein Titel von meiner aktuellen CD über den Engel. Wer Lust hat, Feuerzeuger dürfen aufhören. Wer Lust hat, Feuerzeuger dürfen aufhören. Wer Lust hat, Feuerzeuger dürfen aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020